Oh, da! Zapp! Hallihalöle und herzlich willkommen zu einem neuen Warp-Geflüster nach zwei Wochen zwangsmäßiger Pause. Jetzt läuft es glücklicherweise wieder. So schaut es aus. Und es sind wieder einige Leute dabei. Das ist auch sehr schön. Jetzt auch zu etwas früherer Stunden. Auch das ist toll, denn wir konnten das so ein bisschen umbasteln. Das ist alles jetzt ein wenig früher stattfindet. Und ja, ich weiß, ich wollte noch eine Umfrage machen. Die kommt auch noch. Vollkommen versprochen. Und definitiv. So schaut es aus. Ja, wie gesagt, die letzten zwei Wochen, Nörgel hat mich leider relativ dahin gerafft. Jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist wieder alles wunderbar. Dementsprechend können wir uns auch wieder miteinander wundervoll unterhalten. Und es ist ja schon einiges passiert in den letzten zwei Wochen. Und auch jetzt, am nächsten Wochenende, steht ja eine ziemliche Granate prinzipiell ins Haus. Prinzipiell? Erzähle ich euch nachher im E-Metro. Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß. So, da sind wir zusammen. Und jetzt ist auch der Chat wieder an der Seite da. Also sichtbar da. So ist es. Der Ton ist auch da. Ja, da habe ich drauf gedrückt. Das ist ein Träumchen. Das funktioniert. Wichtige Kiste ist auch da. Das heißt, wir sind vollkommen startbereit. Ich bin sehr gespannt, wie lange das Warp-Geflüsse jetzt heute dauern wird. Da ich einfach dadurch, dass die Wochen ein wenig ausgefallen sind, noch ein bisschen mehr mit habe. Und ein paar Sachen, die ich sehr, sehr schön finde. Ein paar Sachen, die ich sehr schade finde. Und einfach so ein paar Neuigkeiten. Ja, ich hoffe, dass ihr bis jetzt gut quasi über die Runden gekommen seid. Und jetzt auch in dieser Woche, dass das bei euch auch alles ganz schnuffelig ist. Ich weiß, ein paar sitzen hier, die haben auch schon mich angeschrieben, dass die auch ein bisschen daneben hing. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich bin nur gerade nach zwei Wochen Pause den roten Faden verlierend. Denn ich fange normalerweise immer, wenn wir uns die Neuheiten anschauen, die Games Workshop uns quasi als Häppchen, was als nächstes kommt, vor die Füße wirft. Was ja so im Grunde genommen ein wenig der rote Faden ist. Fange ich immer bei 4DK an. Aber da gibt es dieses Mal gar nichts von Games Workshop. Nein. Trotzdem gibt es da ein paar schöne Sachen, die ich euch mitgebracht habe, die Warhammer 40K betreffen. Aber damit würde ich nicht starten wollen. Ganz einfacher Grund. Ich glaube, viele, die hier am Anfang beim Warhammer 40K dabei sind, die möchten gerne jetzt aktuell. Ja gut, die neue Sister. Ja, die schon. Aber die möchten sicherlich was über ein System hören, das hier Warhammer Quest The Cursed City heißt. Nicht? Und dementsprechend dachte ich mir, gestarte ich doch einfach mal mit dem feinen Ding. Und verhofft kommt oft, mehr oder weniger, sag ich mal. Ich hätte ehrlicherweise nicht so fix mit Cursed City gerechnet. Gerade da wir noch mitten in diesem Zulieferchaos sind. Ähm, und es kommt ja quasi zusammen, Cursed City mit dem dazu passenden Roman. Ähm, das ich sehr schön finde. Den werde ich mir sicherlich auch mal ein ordentliches Ründchen reintunken. Ähm, aber grundsätzlich geht es sicherlich den meisten Leuten um das Brettspiel Cursed City. Ihr kennt's, äh, ich darf nicht grob über Preise reden oder ähnliche Sachen, erst wenn der Samstag und damit auch die Vorbestellzeit vorbei ist. Ähm, viele, äh, mutmaßen sicherlich schon. Es wird ein Stückchen teurer sein als Blackstone Fortress. Ähm, aber ich sag mal, das, das ist sicherlich noch in einem Teil, den, den man im Rahmen nennen kann. Ähm, wo ich sehr gespannt drauf bin, ist, ähm, wie der Launch sein wird. Und da sind wir so ein bisschen bei einem Teil, wo ich sagte, ah, nicht. Da muss man ein wenig aufpassen. Denn, äh, zumindest bei dem Ding ist es so, das, äh, das Stargames Workshop. Äh, wir, wir sorgen dafür, dass nicht einer alles nimmt, sondern, ne, dass das ein paar was bekommen. Aber es ist, äh, prinzipiell der ähnliche Mechanismus wie bei vielen anderen sehr begehrten Sachen. Äh, und, ähm, wenn gleichzeitig davon auszugehen ist, dass eventuell ein Anfang eine, eine knappe Warenverfügbarkeit da ist. Ja. Das heißt, wenn ihr einen Händler habt, den ihr, äh, vor Ort supporten könnt, dann, äh, wird er sich sicherlich freuen, wenn ihr jetzt schon mal anfragt, ähm, wie schaut's denn da so aus. Und, äh, wir haben logischerweise auch so eine Liste, ne, von Leuten, die Interesse schon mal bekundet haben, nicht. Ähm, ich hoffe, dass am Samstag nicht, äh, wie bei, bei einem Indominatives Launch alles zusammenbrechen wird. Aber zumindest von dem, was, ähm, ja, ich sag mal, was, was so an ersten Aufschlag da war, was Interessesbekundungen angeht. Zusammen mit dem, dass, äh, dass man halt mal schauen muss, wie viel ist wirklich dann am Wochenende da. Ähm, scheint es wohl ein Ding zu sein, was viele, viele von euch sehr, sehr, sehr stark, äh, haben wollen, dem sehr stark entgegenfiebern, was ihr auch absolut, äh, und, äh, gut nachvollziehen kann. Und, ähm, bei dem man schauen muss, wie schaut's denn da dann nur aus am Wochenende. Genau. Einige nutzen zum Beispiel Discord. Es ist auf jeden Fall angekommen. Ähm, genau. Aber da ist halt das Ding, das Ding ist so super schick. Ich finde die Männchen, die sind einfach ein absolutes Träumpchen. Herzlichen Dank, äh, Anvil and Hammer. Ähm, also es ist, ist schon ein super, super feines Sahneschnittchen. Ich, also, ich gehe nicht davon aus, aber es ist, es klingt auch alles danach, es wird kein, ähm, einmaliger Printrun sein. Das heißt, äh, da wird man dann auch anschließend wieder drankommen. Ähm, man weiß halt nur aktuell logischerweise nicht, wie lang sind die Produktionswege. Gibt's eventuell wieder Schiffe, die quer stehen, denn, ähm, da ist jetzt, glaube ich, Games Workshop nicht so stark von betroffen, vielleicht was Farben angeht, aber ansonsten, äh, äh, weniger. Aber zum Beispiel bei Asmodee, äh, ja, von, von X-Wing liegt da mal eine Welle oder lag jetzt eine Woche quer und ein paar Brettspiele lagen dahinter. Ähm, ja, ist ja nicht so, als hätten wir mit, äh, mit dem großen C seit, äh, über einem Jahr genug zu tun. Nein, nein, da kann man auch mal ein Schiff einfach mal quer stellen und sagen, du kommst dir nicht vorbei. Das sind dann halt, ne, die, die Herr-der-Ringe-Liebhaber, die alle schon mal dringend Gandalf spielen wollten, äh, und das auch, ähm, ja, offensichtlich sehr, sehr erfolgreich getan haben. Ähm, ja, das, 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 das glaube ich, Pascal, ja. Das ist, wie gesagt, die kommt relativ unverhofft, aber es ist ja schön. Ich sag mal, ne, wenn man davon ausgeht, dass, ähm, vielleicht zur Eindämmung des Ganzen demnächst sich die Politik ein kleines Herz nimmt und sagt, jetzt bleibt doch mal zwei Wochen wirklich zu Hause, äh, dann will man auch was zu tun haben. Und was passt da besser als ein großartiger, kooperativer Dungeon-Crawler, nicht? Ähm, ich hoffe, dass, äh, im Vorfeld auch noch Dissent rauskommt. Dann hat man so richtig schön was zu tun und, ähm, dann hat man auch die Ruhe, um das dann endlich mal zu tun. Ich hab irgendwann mal in meinem Pädagogik-Studium gelernt, Reframe ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, alles positiv sehen oder positiv umformulieren. Insofern machen wir das doch so. Und, äh, auch das, ne, das wäre natürlich dann eine ziemlich, ziemlich nice Kiste. Aber wie gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob das Ding limitiert ist. Aber es wird zumindest im Moment dafür gesorgt, dass alle Läden was bekommen und es ist normalerweise dann da, wenn, äh, ich sag mal, wenn, wenn, äh, Verknappung der Waren befürchtet wird. So, ja. Das zu Cursed City. Dementsprechend ist davon natürlich auch ein Stück abhängig, ähm, ob ich das Ding mal auspacken kann für ein Review oder nicht. oder ob ich dann nicht lieber jemandem sagt, der von euch händeringend wartet. Hier, komm, nimm mal erstmal. Ich krieg ja meins noch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber das wird schon. Da bin ich sehr, sehr, äh, ja, da bin ich guter Dinge. Das läuft. So, ähm, selbst wenn man sich gegen sich selber, das ist ja das Geile an diesem Ding. Du kannst das solitär spielen. Du kannst alleine deinen eigenen Helden nehmen, weil das Spiel ja in einem, äh, komplett selber laufenden Mechanismus dabei ist. Und das ist natürlich super geil. Du hast schöne Minis, die kannst du bauen, du kannst bemalen, du kannst sogar Solo spielen. Und, ähm, also das ist halt prädestiniert eigentlich. Insofern eigentlich ein super kluger Schachzug von Games Workshop. Mega. Ja, ähm, bevor wir zu weiteren Neuheiten oder Neuerungen kommen, äh, gibt's natürlich noch ein Ding. Und zwar, zack, zack, Teklis und die Lumineth Realm Lords sind jetzt am Samstag in die Vorbestellung reingekommen. Ihr habt da auch schon eifrig, hm, eifrig und euphorisch losgelegt. Ähm, die Sachen sind auch gut unterwegs und zumindest bislang war es so, das abgesehen von, ich glaube, ein oder zwei Büskes, die Release immer sehr gut und zeitig angekommen sind. So, weil ich auch da mal guter Dinge bin. Ja, ähm, es kam ja quasi eine, eine komplette zweite Armee mit raus. Mit sehr schicken Modellen. Ähm, ich lasse einfach nochmal so, so ein bisschen kurz hier für alle, äh, drüber geleiten und geleiten. Also es ist schon, ähm, eine sehr spezielle Armee. Ich finde, das ist auch durch das neue Release, zieht sich das weiter wie ein roter Faden. Ähm, auch das Kuh-Thema muss man ja dabei sagen, ne? Hier eine, eine, eine Kuh-Garzelle-Tiger. Ich weiß nicht. Der springt wie eine Garzelle, finde ich. Hat Klauen wie ein T-Shirt und ein bisschen Streifen. Andere Streifen, ich weiß. Und einen Kuhkopf. Ähm, auf jeden Fall, ähm, man mag's oder man mag's nicht, aber sie ziehen es weiter straight durch. Finde ich sehr cool. Ähm, was auch einfach total passt, wenn man sich schon mal so, so ein bisschen die, äh, ja, ich sag mal, die Regeln durchgelesen hat, dann, dann sind es einfach, es sind Elfen. Das heißt, sie sind regeltechnisch dezent drüber. Den Typen hier vorne, ich bewege mich 24 Zoll. Dann mache ich dein, äh, dein Geländestück bei Age of Sigma kaputt, dass du es nicht mehr benutzen kannst. Zumindest auf einer 2 Plus, da war das ja. Und, äh, entweder in der Beschussphase oder in der Angriffsphase. Ich weiß es gar nicht. In einem der beiden auf jeden Fall, da bewegt er sich dann doch nochmal einfach. Ähm, 12 Zoll. Ja, kann man, kann man mal machen. Der Gegner, der wird es auf jeden Fall danken. Ich meine, das wäre er. Er ist nämlich der Charakter, ja. Und, äh, das ist halt der normale Typ. Die sind auf jeden Fall ordentlich stark. Die haben Schmackes. Die haben das fürs Elfen quasi ausmachen. Und, ähm, bei dem, da muss ich jedes Mal an Dragonball denken. Ich weiß nicht. Geht es noch jemandem so? Der flucht doch auch immer auf einer Wolke durch die Gegend, oder? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann flucht er auch immer auf irgendeiner Wolke in der Gegend rum. Also, da, ja, ne? Sehr schön, ja. Zack. Bin ich ja mal gespannt, äh, ab wann, äh, man von dem dann, äh, eventuell irgendwelche Kidbashs sieht. Die Wolke wäre sowas von gelber mal. Ja. Ähm, ich muss mal gucken, ob wir eventuell noch irgendwo, ob wir, ob wir da einfach mal ein paar, paar Glatzköpfe mit dabei legen, damit er die dann auch passend bemalen kann. Da muss ich nur mal schauen, ob wir dafür die passenden Dateien finden. Ja, dann halt das Ding. Wobei ich bei dem sagen muss, das ist schön, da lesen sich die, die Regeln nicht passend zu den restlichen komplett drüber, sondern eher ein bisschen drunter. Aber man weiß ja nicht, was für, für Synergien im Buch drin sind, weil das, das habe ich noch nicht da. Brauntöne und eine Dose Bohnen drauf. Ja, ach, die sind auch total schick. Also wie gesagt, ne, wie, äh, ja, oder total schick. Wenn man die ersten mochte, dann mag man die auch. Die sind auf jeden Fall komplett da. Ähm, die haben natürlich wieder ein bisschen was von, von den Slush-Nasen, die übereinander stehen. Ein schickes Geländestück. Ihr kennt's. Also, ne, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Release gewesen. Sehr schön, was jetzt an diesem Wochenende war, aber es kam nicht alleine, sondern zusammen ja mit dem Buch Techless. Und, ähm, ja, im Vorfeld, als ihr am Moppern war, durfte ich natürlich keine Preise leider sagen, aber es ist so, also ihr müsst euch, wenn ihr das, äh, Luminous Rim Ball Lords, das, das, äh, limitierte Buch habt, dann braucht ihr euch nicht den neuen Battletome holen, um alle Regeln zu haben. Ihr könnt euch auch Techless als Alternative holen. Kosten aber beide 32,50. Also, ne, ähm, wenn ihr die Geschichte haben wollt, nehmt ihr Techless und habt dann, ab dann, äh, zwei Bücher zum Lesen und vor allem für die Regeln. Wenn ihr nur Regeln haben wollt, dann könnt ihr auch das neue Battletome nehmen. Ist auf jeden Fall mal, ne, ja, subjektiv. Jeder muss da selber schauen, wie er es macht oder wie er es gut findet. Ich fand es auf jeden Fall sehr irritiert, nach wie vor. Aber gut, ähm, wieder, Techless kam auch raus, Hallöchen, Andy, und kam nicht alleine, sondern hat, so wie man das vorher schon von Morathi kannte, vier Armeeboxen mitgebracht, die man als, äh, Battalion dann anschließend auch stellen kann. Und, äh, da gibt es dann einmal die Nörgelnasen mit dabei. Finde ich mit einer, äh, relativ grundsoliden Box. Aber hierbei ein Charakter vorne, die finde ich einfach seitdem die rausgekommen sind. Die sind so abgespaced. Die sind ein Träumchen, die beiden Nasen da vorne. Und, äh, ja, und halt ganz normale Dämonen, ne, die kann man auch immer mal ein Ründchen gebrauchen. Die Box finde ich ziemlich Granate, wenn man Cities of Sigma spielen möchte. Warum? Ganz einfach, weil diese Box im Moment, ne, gibt es die im normalen Handel. Das heißt, mit den normalen Prozenten, die ihr, äh, zum Beispiel bei uns da runterbekommt. Ansonsten hat man da, ähm, ich glaube, den Zauberer, den kriegt man nicht mehr einzeln, sondern nur im Dreierpack. Und die beiden anderen Dinger sind Mail Order. Da ist dementsprechend einiges, was man da sparen kann. Und ich finde es ja krass. Ich würde einfach mal stumpf denken, die haben ja die Teile gerade nochmal für diesen Screenshot neu angemalt. Und wenn ich mir angucke, wird man durch Bemaltechniken aus so betagten Modellen hinbekommt, dann bin ich einfach komplett baff. Weil, ich finde, da sieht man, oder da scheinen einfach mal diese krassen Details durch. Und gleichzeitig zeigen sie, was man alles mit Bemalskills auch gut hinbekommt. Also vor allem das, das Hurricanum, finde ich, sieht einfach unfassbar großartig aus. Dann gibt es diese Box hier. Ja, also ich sage mal, das ist so eine Box, die haut einen jetzt nicht vom Sockel, wo man sagt, boah, ist das ein großartiges Ding. Auf der anderen Seite, als Flash-Eater-Cords-Spieler hatte ich bei denen das Gefühl, die kannst du dir einfach kaufen. Also das ist nicht so schlimm, wenn du die holst. Weil brauchen kannst du die Männchen sowieso. Das liegt vielleicht daran, dass der Flash-Eater-Cord allgemein nicht so unfassbar viele Miniaturen an Variationen hat. Aber so grundsätzlich muss ich sagen, nochmal einfach 20 von den kleinen Ghoulen dabei, ist nie verkehrt. Der Boss dabei, der neben seinem Thron dann einfach nochmal die Ghule halt einfach umsonst dann mitbringt, ist genauso wenig verkehrt. Und die großen Nasenbären hinten, die kannst du in vier unterschiedlichen Arten und Weisen bauen. Das heißt, wenn du davon nochmal eine Packung über hast, dann tut es auch nicht weh, sondern auch bei denen ist es so, die wirst du locker unterbekommen. Locker. Sag mal, und wenn du die nicht umsonst beschwören kannst, dann vielleicht über irgendeinen Schnickschnack oder so. Haben ist besser als brauchen. Das ist vollkommen richtig der Dämmel-Dack. Also die Box, die finde ich ist einfach in, in, ach, ich sag mal so, vollkommen positiv egal. Also die, die, das ist so ein Ding, wo ich mir als Flashy, der Quadspieler denke, joa, das ist schon okay, wenn ich die nochmal hab. So, ne? Die, die tut nicht weh. Die nehme ich einfach. Schön. Und diese Box, und die finde ich ja vollkommen Granate. Vor allem, weil die, ja, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall so, zum Beispiel so ein Teil, den, den Stefan im Moment noch gar nicht hat. Stefan, wenn du zuschaust. Ich glaube, das wäre eine gelungene Anschaffung für deine, für deine, äh, Osjeck Bone Reaper. Ähm, aber einfach, ich finde, das ist so ein, so ein schönes Themengebinde. Und, ähm, auch da kannst du so gar nichts verkehrt machen. Ja. Äh, ich Idiot hab mir vorgenommen, Flashy der Quads, äh, wird Armee Nummer 4. Sehr gute Idee. Flashy der Quads sind Mega-Granate. Äh, 150 Ghoule sind auch, ähm, sicherlich nicht verkehrt. Also, ne? Ghoule gehen immer. Einfach stumpf. Äh, da brauchst du noch einmal deine, ähm, deine, deine Endless-Bells mit dabei, den komischen kleinen, ähm, Blutkelch. Und dann kannst du sowieso nicht mehr genug Ghoule haben, vor allem, wenn du gegen andere Massenarmeen spielst, weil die dann auch alle zu Ghoulen werden. Träumchen. Ähm, muss man eben ein Schlückchen hier ein Schlückchen Wasser trinken. So, ähm, auf jeden Fall, die Boxen, die sind, finde ich, ein bisschen, ich weiß nicht, ob die ein bisschen untergegangen sind, aber logischerweise, die kamen zusammen mit diesem granatig großen Luminous Realm Lords Release. Und dann kann das natürlich schon mal sein, dass die so ein bisschen untergehen. Und bei denen ist es so anders als bei dem ersten Release, Murathi, wo, ich sag mal, eine Box Liebhaber schick war und die anderen, wow, sie machen, maximal okay war. Also, ne, man hatte so das Gefühl, ja, okay, da hat wohl Games Workshop oder irgendwo Modelle liegen, die sehen vielleicht schön aus, die spielst du eh nicht und die wollen sie loswerden. Finde ich das bei denen hier anders, weil das hier sind alles grundsolide Boxen. Ähm, teilweise, wie gesagt, mit Mail-Order-Sachen, so dass ihr beim normalen Handel dann auch die da normalen Prozente bekommen könnt, weil wir euch dann als Endhändler einräumen können. Ähm, und das, finde ich, ist mal eine ganz andere Hausnummer und zwar wirklich, wirklich komplett alle unterschiedlichen, ne, auch die, dadurch, dass man bei Age of Sig mal einfach andere Beschwörungsmechanismen bekommt, kommt man auch schon mal auf den Trichter, okay, die kann ich da vorne beschwören. Da muss man natürlich als Nurgelspieler gucken, brauche ich unbedingt diese Charaktere noch, aber grundsätzlich eine vollkommen grundsolide Box, die man sogar als 40k-Spieler, wenn man Dämonen des Nurgels spielt mag, äh, gebrauchen kann. Die Dinger, äh, gerade dadurch, dass die ansonsten, äh, Mail-Order-Limited sind, die sind spielerisch nicht so wirklich äh, verkehrt, äh, also die sind ja nicht schlecht, die sind da total lustig und kommen jetzt im Klemmpack, bei dem man sparen kann und dann nochmal mit dem, was, was Händler euch einräumen kann, vollkommen Granate. Ja, und wie gesagt, die beiden Boxen hier, einmal so eine komplette, ähm, Calvados, ähm, Infanterie-Sektion läuft und die laufen sowieso. Aber das ist schon, ähm, finde ich von dem her, was, was sie da veranstaltet haben, richtig gut. Nachvollziehbar, dass es bei der komplett neuen Armee untergegangen ist, aber richtig gut. Ähm, die Bataillone, die die Boxen haben, ist, äh, für die, ja, also bei Murathia, da war es so, ähm, da hatten die vier, vier Boxen, die dabei rausgekommen sind, ein Battalion mit einer Bataillons-Schriftrolle und auch ganz normalen Punkten hinterlegt, sodass ihr die ganz normal auch im Matchplay dann zocken könnt. Und ich, äh, gehe mal davon aus, dass, ähm, das auch bei denen so sein sollte oder sein wird, weil einfach nichts dafür sprechen sollte, dass es nicht so ist. Dann würde das als keinen Sinn machen. Da bekomme ich richtig Lust, Age of Sigmar zu spielen. Kann ich vollkommen nachvollziehen, denn, äh, Age of Sigmar ist auch, finde ich, ein großartiges Spielsystem. Also, super geil, Bier und Bräzlig, das macht Laune ohne Ende, das ist, das ist schon sehr, sehr cool. Und auch für so eine Sachen sind die Boxen, finde ich, ein sehr guter Einstieg, ähm, denn, vor allem, oder zumindest, nee, ich will nicht gerade, abgesehen von der, von den Cities of Sigmar, die eher sehr speziell sind, sind alle anderen Boxen so, dass man damit ein kleines Match schon bauen kann. denn, ähm, gehen wir nochmal rüber. Zack. Man hat ein Hakku mit dabei und man hat mit den Ghulen und mit den Großen da oben zwei Laien Infantry dabei. Das heißt, ihr könnt damit bei einem kleinen Spiel eine Mini-Armee starten. Ihr habt da den Kalvadoss dabei und ich meine, korrigiert mich, äh, lieber Osir-Bone-Ripper-Spieler, wenn ich falsch liege. Aber wenn er euer General ist, dann müssten die anderen beiden Einheiten, herzlichen Dank, lieber Andy, müssten auch zu Laien Infantry werden. Das heißt, auch damit könnt ihr ganz regulär und ganz regelkonform sogar im Matchplay ein kleines, ähm, Spiel da im Bereich bis maximal 1000, meine ich, äh, spielen. Wie gesagt, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob die eventuell durch, ja, ich sag mal, vielleicht durch die Bataillons, die Kavalerie ist sogar immer Linie, der Dankeschön. Ähm, genau, dann kann man sagen, ich auch, bei dem weiß ich nicht, ob die eventuell durch die Bataillons-Schriftrolle tatsächlich so gemacht haben, dass die irgendwie Linie werden, aber normalerweise sollten das alles Helden sein. Äh, ja, und hier auch, ihr habt zwei Charakter, ihr könnt zwei 10er-Blobs spielen und dann habt ihr auch da für 500 oder für 1000 Punkte eine komplette Armee stehen. Und das finde ich, das macht das ganze Ding einfach mal total großartig, weil das sind alles Sachen, die man selbst, wenn man so ein Ding schon großgezogen hat an Punkten, nochmal eben so gebrauchen kann, äh, gerade auch die letzten beiden, äh, Packungen. Und wenn ihr damit starten wollt, dann kann man da super mit loslegen. Ein Träumscher. Also die fand ich, fand ich vollkommen Granate und ich dachte mir, bevor die untergehen, muss ich da dringend heute nochmal so, so ein bisschen drauf rumreiten. Nicht? So, schauen wir doch mal. Also, ich sag dir ja, Warhammer 40k als solche, das haben wir nicht. Was allerdings da ist, ist, dass wir neue Sachen haben für Warhammer 40k, nämlich von Garmak, ähm, Garmak, ähm, hat auch das Problem gehabt, der, macht wundervolle Minis, äh, und wurde ein bisschen von Nörgel beiseite gekloppt und hat dementsprechend jetzt mal erste, äh, äh, klassische, äh, Zäpfchen rausgebracht, womit man seine Aspektkrieger, ja, ich sag mal, austauschen kann oder wo man zumindest ein paar Alternativmodelle bekommen kann, die dann nicht aus Failcast sind. Mega! Also, mich freut's riesig. Diesen und nächsten Monat, ist da bei, beim Future-Teil ganz klarer, ähm, Aspektkrieger-Fokus und ihn hier, den, da wusste ich nicht so ganz, wo ich ihn einsortieren soll. Ich finde, den kannst du als, als lustigen kleinen Chaos-Nasenbären nehmen bei, bei 40k oder bei Age of Sigmar, ähm, der ist auf jeden Fall auch ganz, ganz trollig, finde ich. Mhm. Auf jeden Fall, die Krieger, finde ich, die Aspektkrieger von Garmark, die in diesem Monat rausgekommen sind, sind absolut Granate und, äh, die Striking Scorpions, heißen sie ja nicht, sind ja Alternativmodelle, ähm, aber auch mit diesem, na, ich weiß nicht, mit dem alternativen Kopf, äh, dass der dir jetzt gleich dein Ohr abnuschelt, sehr, sehr schön, die Dinger kann man erstklassig als Wops bei der Alternativen nehmen und sie sind halt nicht aus Failcast. Das ist, äh, das, das finde ich sehr schön dabei, ja, sie sehen dynamischer aus oder so ein, äh, hier, ich weiß nicht, nimmst du als, äh, als hier oder so, ne, ich finde, die laufen dynamischer in der Gegend drum als diese alten Modelle und das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, ähm, mit einem Spärchen in der Hand und so weiter. Natürlich, ne, wer schon mal ein paar Garmark-Figuren gesehen hat, er muss immer eine Pin-Up-Version mit dabei sein, ich weiß nicht, das scheint dem ganz wichtig zu sein, so, das, äh, ist auf jeden Fall das, das findet ihr auch jetzt schon, äh, bei uns im Webshop, die sind, äh, seit, seit vorgestern sind die raus und erhältlich und, äh, hier sind ein paar Cheats, was noch im April jetzt kommt, das heißt, äh, sind quasi alle Aspektkrieger dann anschließend einmal vertreten, was ich Granate finde, vor allem, dass die so ein bisschen auch oben, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen grimmiger aussehen, das erinnert mich ein Stück an das Design, ähm, der Figuren damals bei Space Quest oder ähnlich, äh, ähnlichen Konsoren, das ist schon sehr cool, und, ähm, die zum Beispiel sind, äh, haben zumindest so als, als, als Produktname, den der, der Fortworld-Miniaturen, na, also, ich, wie heißen die denn jetzt, diese Ghost-ähnlichen Viecher, und, zack, auch, die Jetbikes sind mit dabei, vielleicht ist das ja für die ein oder andere Person von euch was, wenn ihr Bock auf Alternativen habt, oder ähnliches, ähm, oder mit Fake-Hast nicht so gut zurechtkommt, also, wie gesagt, mir persönlich gefallen die Dinger super, super cool, ähm, und ich bin dann sehr froh, dass, äh, dass wir die Sachen, ähm, dass wir da die Lizenz haben, und dass wir euch die Teile anbieten dürfen, ähm, ebenfalls sehr cool ist das Fantasy-Release von dem, weil die Dinger einfach unfassbar groß sind, und teilweise Mail-Order finde ich, äh, einfach mittlerweile, ja, ich sag mal, ein Stück weit ablösend, das heißt, wenn ihr zum Beispiel da, das ist hier so diese Bahre, ne, der Dämon, ähm, wenn die nicht aus dem Mail-Order-Slot sein sollte, oder ihr da optisch was anbietet, ein Alternatives haben möchtet, dann ist die natürlich sehr, sehr cool, wie ich auch sehr großartig finde, ist, äh, ne, diese Miniatur, die gibt es mit zwei unterschiedlichen Köpfen, und, äh, ich überlege jetzt gerade, man sieht es nicht ganz drauf, da ist oben auch, ähnlich wie bei einer Mutterlieb-Best hier noch so, so ein Kringel am Start, und das Ding ist halt auch einfach mal monströs groß, so dass man auch da super das ganze Teil als Alternative nehmen kann, ähm, vorne finde ich das relativ lustig, ich finde es sieht aus wie die Schnappoiden, wenn man jetzt sagen kann, dass Schnappoiden sind, der darf sich, äh, ja, alt fühlen, nein, großartiger Film von Steven Spielberg, im Land der Raketenwürmer, kann ich nur jedem hart empfehlen, äh, wie sieht es aus mit den Fiends, ähm, die Fiends, Moment, jetzt muss ich mir gerade hier selber suchen, wo habe ich denn die Fiends, ich weiß es gar nicht, äh, die Fiends sind auf jeden Fall gut, das ist nämlich Sachs, ach, ich glaube, die habe ich noch hier dabei, habe ich noch hier dabei, denn, ne, da habe ich sie nicht dabei, ich weiß nicht, wo ich sie jetzt habe, ich habe auf jeden Fall ein Bild von den Fiends, Hallöchen Lars, Hallöchen Wolfi, ähm, die habe ich irgendwo hin mitgebracht, aber ich habe keine Ahnung gerade mehr, wo ich sie, wo ich sie denn jetzt hin gepackt habe, na egal, ähm, die Fiends sind, äh, seit heute im Webshop, und, äh, ich habe sie deswegen als Bild mitgenommen, denn, die Fiends von Games Workshop, die, ähm, finde ich ja relativ neu sind, die, äh, wollte ich als Händler jetzt nachbestellen, aber die sind zum Beispiel auch in einem Mail-Oder-Slot rübergejuckelt, und, ähm, da ist es zum Beispiel, ne, da merkt man sowas, also, da kosten dann die, die drei, die drei Bestien, die logischerweise anders heißen, ähm, äh, aber sicherlich inspiriert wirken, und genauso groß sind, und, äh, finde ich, auch eigentlich genauso schick sind, äh, liegen halt bei 20 anstelle von 40, das ist dann schon mal eine, eine Kiste, da kann man ein bisschen mit der Zunge schnalzen. Die sind auf jeden Fall jetzt im Webshop, ich weiß nur jetzt gerade gar nicht, wie die jetzt genau benannt sind, also ich meine, die heißen irgendwie auch so ähnlich, zumindest, ja. Puschen wir mal eben weiter, weil vielleicht finden wir sie noch, ähm, ja, das ist doch schön, wenn, wenn das, äh, gut ist, dass wir ein bisschen eher gestartet sind. Starten wir mal mit einem, mit einer neuen Lizenz, die ihr ab sofort bei uns bekommen könnt, und, äh, die wir gerade auch da schön mit verknoten, und zwar ist es, äh, Lost Kingdom Miniatures. Lost Kingdom Miniatures, ähm, macht vor allem Miniaturen für Fantasy-Systeme, für Rank & File kann man die, logischerweise, wie man hier auf den Bildern sieht, ziemlich großartig benutzen, aber natürlich auch für Age of Sigmar oder ähnliches, und, äh, die sind halt einfach mal, mal kackenschick. Also, da, ne, kann man nichts anderes zu sagen. Die sind, die sind groß, die sind detailreich, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und, ähm, die bringen halt alle so einen kleinen Twist noch mit rein. Also, hier, ne, grundsätzlich, äh, sind es Echsen, äh, wie in einem anderen System, ja, ähm, und, ähm, diese Fünfer-Truppe hier heißt Cowabungas. Ja, geil, oder? Also, Seraphon-Turtles, mega großartig, ähm, also, die sind schon einfach mal absolute, absolut Sahne-Schnittchen mäßig, ähm, die sind, die sind richtig, richtig, richtig großartig geworden. Und, äh, wie gesagt, vom Detailgrad her, sind die absolute Granate. Ähm, dieser Release jetzt, der ist gerade vollkommen in einer, äh, ich sag mal, im Premium-Bereich, also, beziehungsweise im, im, äh, Elite-Bereich, so, ne, also, die würde ich jetzt eher als Krieger nehmen, aber ist halt, finde ich, super geil designt. Also, die sind mega cool. Das gleiche, ja, genau, das sind einfach die Ninja-Turtles, wobei ich mich die ganze Zeit frage, ne, die Ninja-Turtles plus, äh, Prinzipien müsste der rechte Splinter sein, der da in der Gegend, äh, ähm, rumschaut. Ja, aber die sind auf jeden Fall neu da, die sind mega geil. Die Reiter, herzlichen Dank, lieber Torben, die Reiter finde ich ultra großartig. Also, jetzt mal ohne Scheiß, die sind ultra, ultra schick. Und, ähm, auch diese Reiter finde ich mega schick. Ähm, ich bin so froh, ähm, bei Lost Kingdom Managers, beziehungsweise bei allen ist es so, man hat immer nur, ähm, gewisse kleine Fenster, wo man dann von denen die Lizenzen erwerben darf. Und, äh, so wie bei Garmark, da war ich der, der Letzte, der die Lizenz, äh, als Händler bekommen hat, bei Lost Kingdoms auch quasi mit. Da habe ich nochmal schnell drauf gedrückt, ähm, weil die einfach so unfassbar groß sind. Also, die, ähm, die, äh, Viecher oben drauf, die müssten ein bisschen größer sein als, obwohl die oben drauf sind, glaube ich so, äh, es ging größer oder so ähnlich. Ähm, da muss man sich nichts vormachen. So eine Teile möchte ich, ich möchte sie natürlich auch zeigen, damit ihr sehen könnt, was könnt ihr Schönes bei uns holen. Aber, wer schon länger bei dem Kanal dabei ist, der weiß, der wird von vollen Nerds betrieben. Ich hab, ich hab diese Miniaturen gesehen und dachte mir, scheiße, jetzt muss ich mir ein Battletoom Seraphon von Games Workshop mal nehmen. und, äh, am neuer Mehranfang, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust drauf hab. Ähm, weil ich Lust drauf hab. Also, ne, dieses, dieses Zwiegespalten ist so, oh nein, keine Zeit, wann sollst du den Rummel bemalen und da mal lesen und wann sollst du den spielen, aber haben beruhigt, einfach stumpf. Ja, dementsprechend, äh, brauche ich die dafür und natürlich, und, ähm, das ist super, für, äh, für Saga, Ära der Magie, da haben wir wieder einiges nachbekommen, was sehr schön ist. Ähm, da kann man die natürlich auch super spielen. Also, ne, das ist einfach. Und, ähm, ja, dementsprechend, äh, wie groß die jetzt genau sind, beziehungsweise, ähm, ne, kann ich euch nicht nur sagen, sondern werde ich euch dann auch zeigen, ähm, die werden wir jetzt die Tage dann, äh, direkt vom Drucker runterziehen. Uns ist da gerade einer, äh, so richtig hart abgeschmiert, deswegen haben wir da einen kleinen Produktionsstau, da erzähl ich gleich noch was zu. Ähm, aber, es sind schon wieder neue Drucker geordert, damit es mehr sind. Denn, äh, ihr nehmt glücklicherweise den ganzen Spaß richtig gut an und die Minis sind halt einfach total schick. Aber sobald da mal ein Slot frei ist, das wird jetzt hoffentlich die Woche sein, ähm, werden wir davon mal ein paar machen und dann werde ich euch die auf jeden Fall auch zeigen, denn auf die habe ich super, super Bock. Auch auf die, ne, hier so ein, so ein, so ein, äh, Vogelstrauß-Chocobo irgendwie, würde ich mal sagen, äh, mit absolut, äh, weirdo, äh, Skinks oben drauf. Aber es geht ja noch weiter. Und zwar, Ei, ist das ein Ding? Alter Schwede! Also, das Ding ist einfach mal massiv groß. Und, ähm, ja, da, da kann ich auf jeden Fall sagen, unten diese, diese, diese Base da unten, ähm, jetzt muss man einmal gerade kurz gucken, da, äh, kann ich euch nämlich jetzt gleich sagen, wie groß die ist, damit ihr so eine, so eine Grundidee davon bekommt, weil das Ding auch einfach richtig, richtig riesig ist. Oh, und zwar, äh, genau, äh, die Base unten, die passt nämlich einmal so halbwegs da in unsere Produktionsstätte rein, das heißt, die ist knapp 13 cm mal 6, glaube ich, oder 7, 13 mal 7 cm. Dann habt ihr so eine, so eine ungefähre Idee, wie groß sind diese Mopeds da. Zudem finde ich den Detailgrad von den Dingern einfach mal absolut mega awesome. Also, ne, das ist genauso wie das Ding hier. Man erkennt die Inspiration, aber ich finde das, was Lost Kingdoms da zaubern, das ist einfach so, oh, unfassbar mega. Ja, ähm, ja, sind Skins, große Echsen, auf Echsen gab's vorher schon. Ja, genau, die Shop-Lizenz haben wir, ja. So, ne, also das ist das, was jetzt gerade reingeht und das, was ihr als nächsten Release von denen bekommt, sieht nicht minder geil aus, das sind diese Viecher hier und da sieht man halt, ne, also ich finde, die haben schon so ein, so ein, ähm, ein Hang, klingt falsch, das klingt so negativ besetzt, äh, die haben schon einen klaren, äh, Weg hin zu, zu den Designs, die auch bei Fantasy da war und pimpen die quasi ins aktuelle Jahrhundert rein, also, oder Jahrtausend. Also das Ding hier ist ein absolutes Träumchen, das sieht Ultra-Granate aus, ähm, auf jeden Fall sind als nächstes, äh, die, die toten Leute aus, äh, die fairen, ägyptischen oder ähnlichen, oder ägyptisch inspirierten Ländern dran und auch da das, was die, genau, Kemri lassen, grüßen, was da an, an Details durch die Gegend gehauen wird, ist einfach sowas von mega beeindruckend. Äh, wie gesagt, ich, ähm, hab's gefeiert, dass wir da noch, äh, einen der letzten Händler-Pledges bekommen haben, weil die Miniaturen einfach mal so unerlaublich schicki sind. Das, äh, ja, auf jeden Fall ein neuer, neuer, äh, zusätzlicher Teil dabei. Ähm, dann wurden wir angeschrieben von einem, der sehr schönes 40k-Gelände macht. Ähm, und dann Kickstarter gerade plant, äh, das, äh, stelle ich dann vor, wenn, wenn das spruchreifer ist, denn ich möchte da die ganzen Sachen jetzt gar nicht, äh, ja, nicht im Vorfeld, äh, sagst du mir hier, äh, spoilern ist, dass wir ja nicht kommen. Ne. Aber, ich hab's gerade schon gesagt, ne, wir haben im Moment leider so einen kleinen Stau, das liegt daran, dass, dass, dass ich mir dachte, boah, einmal mit Profis arbeiten. Ähm, das Blöde ist, den Vorwurf, den musste ich in meinen eigenen Spiegel machen. Wieso? Ganz einfach. Ähm, ne, stimmt, im Hintergrund, man sieht's nur so leicht, dass einer der Kartons, äh, von den, von den Prusia-Drückern, äh, für, fürs Gelände, ähm, da sind jetzt nochmal, äh, ich glaube, 13 sind es genau, 13 sind nochmal angekommen, wer uns auf Facebook folgt, wie wir es gesehen haben, ähm, und ich, ah, dachte, komm hier, um mal so ein bisschen die Kniffe zu haben, wenn die kaputt gehen, baust du die, abgesehen von allem, alle selber auf, das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch, ähm, das zweite Ding, was blöd war, und dann kommen so eine Sachen dabei, eventuell hat von euch jemand einen Drucker zu Hause, der wird dann, äh, der wird erkennen, was das ist, das sind die Platten, auf denen, die Unterschied, oder die, die Sachen halt drauf gedruckt werden, und es gibt's einmal sehr glatt, und es gibt's einmal mit einer schönen Struktur, und ich fand die schöne Struktur sehr schön, hm, ja, und dachte mir, komm, äh, alle 13 Drucker mit schöner Struktur, maßlecken, ihr Lieben, ah, das war ein vollkommener Griff ins Klo, denn, ähm, ein, ein, ein Powderbett, falls ihr euch irgendwann mal überlegt, möchte ich mir einen Prusher holen, ja, die Dinger sind großartig, die sind hackend, mega geil sind die, deswegen, äh, wird unsere komplette Farben gerade, quasi nur aus Prusers gebaut, ähm, wenn ihr allerdings normal druckt, dann nimmt nie das Textured Powderbett, also nie das, das schöne Geriffelte, das funktioniert nämlich mit dem PLA, also mit dem, womit, äh, wir normalerweise das Gelände produzieren, mal so richtig gar nicht, das, was es halt macht, ist, es schrubbt da drüber, und, äh, zieht direkt das Ganze runter, ich hab mir direkt mal zwei Drucker da übrig gehauen, ähm, ne, dann, dann, dann sieht das so aus, da oben ist so eine Nase dran, da hat sich das ganze Plastik drum herum gewickelt, ist zu einem mal dicken, harten Klumpen geworden, und, ähm, weil ich, äh, weil ich so unfassbar viel Geduld habe, habe ich das Ding dann so ein bisschen warm gemacht, und mal ordentlich dran gezogen, und mir direkt das ganze Ding kaputt gemacht, ja, das ist ärgerlich, das heißt, die hier müssen jetzt gerade alle ausgetauscht werden, da ist, äh, Prusher eigentlich ziemlich großartig, gegen die anderen, damit wir dann die Farben prinzipiell komplett benutzen können, ähm, das, äh, ja, wie gesagt, das, das zieht sich ein bisschen, und, das war ich vor allem selber schuld, und das ist nicht gut, nein, so, wer sich fragt, wie sieht denn das Ganze dann aus, wenn man dann Zeug von uns holt, der sieht hier mal so ein bisschen was, an, ähm, ja, an Beispieldingern, zusammen mit unseren, wir haben eine ganze Zeit lang gesucht, okay, ne, welches, äh, welche Farbe soll denn, äh, das Zeug haben, wenn ihr, wenn ihr von uns Gelände bekommt, und, äh, wer unser Logo kennt, Sachlage war klar, er muss blau sein, ähm, und es ist halt von Details her schon echt krass, das ist mega, mega schick, äh, das ist jetzt ein Kundenauftrag, und, ähm, das Graue unten ist auch ein schönes, äh, ein schönes, ähm, Zeug zum Drucken, das ist bei den Druckern halt mit dabei, dementsprechend, wenn ihr Zeug holt, dann kann das ab und zu mal sein, dass da die Farbe so, ähm, ja, mittendrin einmal kurz wechselt, prinzipiell ist das meiste allerdings blau, wenn ihr das bei uns holt, und, ähm, was auch passieren kann, ist, dass ihr mal ein Teil, wenn ihr was bei uns kauft, doppelt mit dabei bekommt, mit einem kleinen D, denn wenn wir machen das so, ähm, sollte mal was hinüber sein, dann, äh, bekommt ihr logischerweise das andere Ding auch als Kettertrain, ja, aber so einfach, dass man sich mal eine Idee davon machen kann, wie das Ganze ausschaut, ich bin enorm überrascht, wie krass gut das ganze Zeug aussieht, ähm, das ist halt schon sehr nice, ja, wie gesagt, wir haben im Moment allerdings, äh, dadurch, dass sich, äh, dass sich der Cheffe hier verkauft hat, nur acht Drucker, die gerade laufen, ähm, das ist, das ist für zu Hause sicherlich, äh, äh, viel, ähm, aber sorgt bei uns gerade halt für, für einen kleinen Stau, aber die anderen sind, ich meine, morgen oder übermorgen sind, äh, die, die Platten da, und dann geht auch der Teil viel, viel schneller, und, ähm, ja, ich bin da absolut positiv hier stimmt. Das Einzige, wo ich jetzt drauf, warte, dass wir hier so eine schönen Sachen da oben, das wieder auch selber mal bemalt bekommen, oder auf Video bekommen, na, ja, wir fangen nämlich übrigens, muss ich dabei sagen, wir fangen diese Woche wieder mit den Videos an, und zwar am Donnerstagabend, eine genaue Zeit kann ich euch noch nicht sagen, aber wir werden dann ein Battle Report drehen, und zwar Warhammer 40k, die Death Gun mit ihrem neuen Kodex, gegen die Sisters of Battle, und, ähm, und, ähm, 2000 Punkte, und das Ganze auf zwei Arten und Weisen, ha, nämlich, die eine Art und Weise ist, äh, das werdet ihr jetzt hier, die bei Twitch sind, werdet live auch mit dabei sein können, ja, ähm, das heißt, wir werden das Ganze live streamen, jeden Donnerstag live streamen, der Rechner, der dabei läuft, der wird das Ganze dann aufzeichnen, und die Aufzeichnung, die werde ich dann anschließend für YouTube schneiden, sodass auf YouTube dann das Video so ist, wie ihr das dann da kennt, und gleichzeitig werden wir aber dieses, dieses Live teilnehmen zusammen, als Entschuldigung dafür, weil der Alu gerade schon fragt, kennt ihr denn die Regeln überhaupt noch, äh, äh, als Entschuldigung dafür, wenn mal, ähm, bestimmte Regelindifferenzen, oder Hekakis, ähm, was jetzt die, ähm, was die Auslegung von Regeln, oder alternativ, was FAQs angeht, äh, um, um das einfacher und schneller zu regeln, ähm, werden wir einfach euch benutzen, ja, also ich sag mal, angenommen, wir, oder wir spielen halt nach, nach den normalen Regeln, wie sie gerade da, tagesaktuell da sind, gucken logischerweise auch vorher in die FAQs, ähm, und, ähm, werden dann ganz normal das so drehen, wie wir das bislang auch gedreht haben, mit euch zusammen, ähm, ähm, natürlich mit Mortarion, denn Mortarion, äh, ich möchte den gerne mal mit seinen neuen starken Regeln ausprobieren, gerade mit, äh, also ich spiele als Mortarions Anvils, gerade mit den Extra-Regeln, ähm, dass er keine Reroad zulassen wird, und gleichzeitig, dass er keine Bubble zulassen wird, ähm, klingt er sehr stark, kostet aber fast 500 Punkte, also 490 Punkte kostet er, ähm, und, ähm, ja, Stefan weiß es, und, äh, Stefan wird versuchen, was drumherum aufzubauen, und, äh, wird auch eventuell einen von den Großen mitnehmen, ähm, was wir allerdings auch dann machen, ne, wenn, genau, natürlich Enrico, der wird es verdammt schwer haben, aber ich glaube, dass Mortarion allgemein schon eine ziemliche Ansage ist, aber das allgemein, die, die Death Guard im Moment, mit seinen, ihren ganzen, ähm, mit ihren ganzen Extra-Regeln einfach, finde ich persönlich, vom Lesen her, muss ich sagen, ich hab's noch nicht gespielt, vom Lesen her sehr stark sind, denn dieses Ding, äh, du darfst deine, äh, hier, Einheiten innerhalb von 3 Zoll, dürfen ihre Bubble nicht benutzen, also, ne, wenn sie über eine Bubble Reroads bekommen haben, Save after Saves, ähnliches, das ist eine von den, äh, Fraktionsregeln, die die haben, und das andere, dass, äh, die nicht re-rollen dürfen, ist auch eine von den Fraktionsregeln, das ist nicht von Mortarion, ähm, das klingt alles sehr stark, Stefan selber sagte, äh, uh, 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 mal gucken, aber, mit meinen Sisters, ich hab so ein paar Ideen, und, äh, er ist am überlegen, ob er, äh, ob er ein Assassin mitnimmt, oder ob er eine Pirainite mitnimmt, was er auf jeden Fall auch mitnimmt, das seid ihr, äh, weil auch das ist so ein Ding, ähm, soweit ich das verstanden habe, sagt aber Mortarion, es gibt keine solchen Kompanien mehr, äh, äh, also, dass man sich frei daraus bedienen kann, doch, Mortarion gehört nur keiner solchen Kompanie an, aber Mortarion hat als Extra-Fähigkeit, als Primarch der Death Guard, dass er sich zu Beginn der Schlacht, äh, nachdem beide aufgestellt haben, quasi eine dieser, dieser Fähigkeiten zusätzlich aussuchen darf, und das ist schon, ähm, ja, das ist schon, schon, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich stark, ähm, wo ich gerade da, allerdings, ne, wie gesagt, wir drehen live, und was Stefan auf jeden Fall hat, wie gesagt, das seid ihr, denn, ähm, ich mag euch, und ich hoffe, ihr sitzt hier, dienstagsabends, weil ihr zumindest ansatzweise, mich auch nicht komplett doof findet, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn hier der alte Herr, die ganze Zeit gegen seinen Stift, so oft gewinnt, und ihm alle Nasen auf den Sack gibt, dass da sicherlich schon, so ein paar Sympathien dann da sind, die auch unheimlich gerne mal, den Stefan gewinnen sehen, äh, wollen würden, und Stefan sagt ganz oft, hei, hei, manchmal passiert mir das in der Schlacht, dass ich den Überblick verliere, und deswegen dann auch ein Senkel bekomme, oder vielleicht, dass ich bei den Entscheidungen treffen, nicht alles sehe, und dementsprechend, ist natürlich der Chat an, das heißt, ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt, wie ihr es wollt, oder sonstiges, ähm, da der nicht, anders als, äh, zum Beispiel bei den Wop-Geflüstern, nicht, äh, mit dem Video auch da drin ist, und könnt dem Stefan Tipps ohne Ende geben, sollte, na, solltet ihr da, oh, geh mal lieber da vorne hin, dann sehen wir das natürlich, dann sieht er das vor allem, ne, also, ihr dürft ihm gerne helfen, das soll natürlich auch mit Teil dieser Live-Experience werden, ob ihr dann anschließend sagt, okay, jetzt kriegt der Dancer gerade total hart auf den Zeiger, äh, dann helft bei dem auch, könnt ihr natürlich auch gerne machen, das gleiche ist, wenn ihr mitten in den Videos merkt, oder ihr habt, was weiß ich, ihr habt ein Regelstudium ohne Ende hinter euch, und merkt, da ist irgendwas gerade komplett schräg, ähm, dann könnt ihr auch mittendrin in dem Video schon sagen, Leute, schaut doch mal da vorne hin, ähm, ich glaube, das ist mit den Regeln so anders, und das ist nämlich das Teil, wir wollen da am, beim Video drehen, selber, mit euch zusammen eine wundervolle Live-Experience machen, und, äh, ihr könnt auch durchaus mal dann, äh, ne, wenn, wenn sich das so ein bisschen eingerooft hat, auch mal sagen, ja, mach mal das da drüben, oder wir machen da mal eine Challenge raus, ähnlich wie wir das mal hatten, als wir zusammen, äh, auf Twitch, Vermintyte 2 und 1 gespielt haben, da konntet ihr auch so ein paar Sachen, ähm, ja, ich sag mal, äh, wundervoll mit beeinflussen, und das wollen wir jetzt auch bei den Battle-Reports machen, ab Donnerstag, ähm, und gleichzeitig für all die Leute, die sagen, ich möchte diese Live-Experience nicht haben, sondern ich möchte vor allem anschließend einen schönen, zusammengeschnittenen Battle-Report haben, das funktioniert natürlich weiterhin, denn, wie gesagt, ähm, wir nehmen den Battle-Report dabei direkt komplett auf, und er wird anschließend wundervoll zusammen, äh, äh, geschnitten und geschustert, sodass, äh, ich sag mal, wenn, wenn wir da in der Live-Experience miteinander quatschen, ihr dem Stefan unter die Arme greift, damit ich mal so richtig über den Tisch geschrubbt werde, oder ähnliche Sachen, ähm, dann ist es live cool, das ist aus dem Recap vielleicht nicht ganz so cool, und dementsprechend sind dann, äh, ist danach dann ein regulärer Battle-Report da, und donnerstags der Live-Battle-Report. Ja, ähm, ich hab bei Discord, falls ihr, ähm, falls ihr bei Discord, äh, noch nicht dabei seid, dann auf jeden Fall bei Discord mal reinkommen, da hab ich, ähm, auf jeden Fall schon reingepostet, und bekam auch schon, äh, tolle Antworten, ob jemand eine Idee hat, wie ein, äh, ein Rechner nur fürs Livestream gut sein muss, weil das war, als Stefan das Ganze ausprobiert hat, da war die Performance vom Rechner ja leider einfach nicht potent genug, um, äh, ja, ich sag mal, um, um dafür zu sorgen, dass, dass das Bild ohne Stottern rüberging. Ton lief, aber der hat das, äh, nicht, äh, schnell genug hinbekommen. Ähm, da sind wir jetzt am gucken, dass wir da einen guten Rechner für den, äh, fürs Studio bekommen. Da wird es bis Donnerstag nicht schaffen, werde ich einfach hier meinen Heimrechner, an dem ich jetzt gerade streame, an dem wir gerade miteinander quatschen, hier einfach abrufen und, äh, wer den mit rübernehmen, damit auf jeden Fall am Donnerstag auch der Stream laufen kann, weil das ist mir total wichtig, dass der wieder laufen kann. Ähm, das zweite Ding ist, wir, ähm, haben uns überlegt, dass wir, zumindest für ein paar Leute, die schon ein paar Mal mit vor der Kamera stehen, äh, dass wir denen ermöglichen, dass, dass sie sich bei uns melden können, wir sagen, ich hab mal Lust, wieder mit euch ein Stück zu drehen, da wir im Keller das jetzt, a, hinbekommen, den Abstand, der abzu, oder aktuell halt, ganz wichtig ist, dass wir den wahren können. Das zweite Ding ist, wir haben dafür eine ganze Batzen an Schnelltests besorgt, so dass, äh, jeder einmal eine Runde Stäbchen schlucken und Nase popeln darf. Und, ähm, wenn dann alle im grünen Bereich sind, dann kann man so einen Dreh machen. Natürlich, nach dem, was halt pandemietechnisch da ist, da haben wir uns, äh, oder orientieren wir uns an, äh, an anderen Produktionen, ähm, wie das da gemacht wird. Ich weiß, dass es Hobbykanäle gibt, die sagen, ja, pfeif drauf, ähm, aber das, das können wir uns leider auch als, als, als Unternehmen logischerweise nicht leisten, zu sagen, ja, kommt, wird schon. Ähm, Dementsprechend haben wir aber geguckt, was ist möglich und wir haben halt ganz viel Zeug zum Testen da. Wir haben, oder kriegen, bekommen jetzt schräg gegenüber vom Laden, äh, sogar noch eine Teststation hin, ähm, so dass, mit dieser Kombination, wir stehen sowieso, Tisch dazwischen, ne, immer ordentlich weit auseinander und, äh, gleichzeitig dann, äh, direkt Tests vor Ort, ähm, und zwar für alle, also, ne, das heißt, alle heißt wir logischerweise dann auch jedes Mal und wenn dann alle negativ sind, dann können wir das Ganze machen und damit starten wir jetzt dann so langsam wieder. Und dazu werden wir aber jetzt, ne, Stefan und ich zuerst mal ein paar Live-Videos zusammen mit euch so machen und die Leute, die, ähm, ich sag mal, äh, dann auch mit dabei sind, die wissen ja dann, wie läuft das denn dann abends ab, nicht? Haha, ähm, denn, äh, die Videos, die wir im Moment dann drehen, dadurch, dass wir halt das mit den Abständen etc. machen und auch, äh, trotzdem nicht zu viel, deswegen, ne, erst mal die, ähm, die auch schon, schon Kamera-Erfahrung haben, dass wir die mit uns, ähm, den Teil so ein Stück einschränken wollen, wie viele Leute rennen denn da jetzt überall in der Gegend rum, ähm, machen wir halt ein Video in der Woche, um dann zu schauen, wie, wie läuft der ganze Apparat, aber wie läuft logischerweise auch jetzt gerade dann das Jahr anschließend weiter. Hm, das ist ja auch immer noch so ein Ding, ne? Werden wir sehen, alles wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall total darauf. Äh, und ich kann alle, ne, die Tests sind auch nicht schlimm, das ist richtig, ja. Ich habe auch schon drei Tests hinter mir, ähm, das ist unangenehm, da gibt es aber durchaus Schlimmeres. Ja. Schauen wir doch mal weiter hier, und zwar, genau, die hatten wir, huschen wir mal einmal hier vorne rüber. Äh, äh, prinzipiell können, 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 einfach uns anschreiben und dann melden wir uns. Genau, so ist, glaube ich, der richtige Weg, Torben, ja. So, ähm, ich habe schon ein paar Mal darüber gekocht, ne, welche Lizenzen haben wir. Und, ähm, von Imperial Terrain, äh, da bekamen wir jetzt, äh, vorgestern war es genau, vorgestern, unseren Batch, so nennt sich das. Das heißt, wir machen jetzt gerade die Fotos von den schönen Geländestücken, die, die wir von Imperial Terrain alle herstellen dürfen und, äh, placken, äh, klatschen dann diesen Kleber hier vorne drauf, denn, äh, so, so klang es dann in der, in der Mail von denen. Es gibt wohl noch in einem anderen, oder es gibt einen anderen großen Laden, ne, ich, ich kenne den auch, ähm, nenne aber jetzt halt keinen Namen und so, ähm, der im Moment in Deutschland, äh, auch, äh, über YouTube Videos Werbung für sich macht und in allen Sachen drinstehen hat, dass er Europa exklusiv die Lizenz hat, und, ähm, das ist halt leider nicht so, ich, ich glaube, das hätte der Laden gerne, aber das ist halt nicht so, nein, in Europa gibt es mittlerweile fünf Läden, die Imperial Terrain produzieren dürfen, weil die einfach großartige Lizenzen machen und, ähm, auch wir sind lizenzierter offizieller Partner und bekamen diesen Badge vor allem auch da, äh, von Imperial Terrain, weil an die wohl herangetragen wurde oder sich ein, ein, ein anderer Produzent bei denen gemeldet hat, ob das denn rechtens ist, was wir hier machen würden, und, äh, um da klarzustellen, ja, ähm, auch wir als Spielebude dürfen, wir bezahlen unsere Lizenz auch ganz, spannend und, äh, es ist nicht so, dass, äh, in Europa nur einer ist, der das machen darf, ähm, ähm, ja, ähm, bekamen wir jetzt unseren Badge. Falls ihr euch dann wundert, warum wir demnächst vielleicht ein paar Mal damit Werbung raushauen, wie gesagt, es gab Irritationen da, äh, weil, wie gesagt, ein anderer deutscher Händler, ähm, permanent erzählt, er wäre europa-exklusiv, was leider irreführende Werbung ist und nicht richtig ist. Dann, äh, wurden wir eben so angeschrieben, und zwar geht es um Printable Scenery, weil da wir auf der anderen Seite gesagt haben, guck mal hier, wir sind die Einzigen, die in Deutschland, äh, die volle Lizenz haben, und, ähm, das, das Gelände kann man auch im Online-Shop sehen, genau, ähm, wichtig bei denen ist, die möchten, äh, also die haben selber keine, keine Produktbilder als solche gemacht, und sagen, ähm, von ihren Lizenzpartnern, ähm, druck du mal das Ding aus, mach dann ein Foto davon, und das darfst dann zusammen, oder das bitte mit diesem Badge ins, äh, ins, Internet stellen, ähm, dadurch, dass halt, äh, ich mich so verhauen hab hier, was, was die, was die Bats angeht, und wir im Moment mit nur, äh, mit nur Achtbrittern, äh, unterwegs sind, sind wir noch nicht dazu gekommen, für die Bilder die Sachen zu produzieren. Also, wenn, wenn so ein paar Leute dann, äh, schon im Vorfeld Imperial Terrain Sachen bei uns auch geholt haben, da machen wir dann da Fotos von, und können die online stellen, aber die müssen halt vorher, äh, die Sachen machen. Auch die 40k Sachen, ja. Wobei für, für 40k haben wir gerade, schöne, modulare Platten, die sind ziemlich schick geworden, ja. Wie gesagt, also, das ist da. Dann sieht man die auch im Webshop. Printable Scenery auf der anderen Seite, äh, da wurden wir angeschrieben, wie gesagt, ich hab gesagt, äh, wir sind, äh, im Moment Deutschland exklusiv, äh, mit dem, dass wir alles von denen da machen dürfen, oder, äh, die, äh, die, ähm, die einzigen mit der Deutschland Lizenz, und, ähm, da gibt's, äh, bei, bei eBay Kleinanzeigen jemanden, der auch ganz viel davon rumdruckt, ob, äh, ob ich denn da Quatsch erzählen würde, oder ob, äh, ja, ich sag mal, ähm, oder ob, äh, der andere das alles, äh, komplett illegal macht, oder ähnliches, und, äh, da ist es so, äh, es gibt bei Printable Scenery unterschiedliche Arten, wie man von den Händler werden darf, man darf einige Teile von denen, äh, als, als Händler dann produzieren, oder man darf für, ne, sich eine deutlich größere Lizenz holen, und ist dann auch bei denen auf der Seite mit drauf, und hat dann aber wirklich komplett alles, das heißt, ist was bei uns im Webshop nicht drin, dann kann man das alles holen, beziehungsweise, wenn ihr bei der Seite Printable Scenery seid, und da auf, get it printed drückt, dann seht ihr da, als Deutschlandhändler unten die Spielebude, und da sind wir als Deutsche, oder einzig im Moment in Deutschland, ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch umändert, ob die anderen da größer holen, aber da sind wir aktuell für einfach komplett alles, als Einzige da, und, äh, wenn der Terrain Tinker zum Zusammenbauen kommt, dann stehen wir da auch zum Beispiel mit drin, das heißt, alles was ihr von Printable Scenery seht, könnt ihr bei uns bekommen, unter anderem auch, logischerweise, die beiden Neuheiten, die sind heute vom Stefan eingepflegt worden, ähm, und, äh, die sind halt mega, mega schick geworden, ja, kann ich mir gut vorstellen, Andi, dass du damit den ganzen Tisch voll stehen hast, weil, die sind einfach, mit Fug und Recht, aktuell, der absolute Primus auf dem Markt, wenn es um mega gutes Gelände geht, also das zum Beispiel hier vorne ist so, ähm, ich sag mal, wenn man hier so eine Platte hat, ne, damit ihr euch mal die Größenverhältnisse da überlegen könnt, wie, wie das so ist, so eine Platte, da ist dann dieses große Geländestück hier, ne, das ist ja gar nicht das Richtige, wenn ich hier veranstalte, oder, da müssen wir hin, ähm, das linke Geländestück, das sind zwei Teile, da sieht man vielleicht so ein bisschen unten an dieser Bodenplatte mit dabei, und, äh, da ist so, dass das vordere Teil, ungefähr so ein Teil von der Platte einnimmt, und, äh, das andere Ding, nimmt auch nochmal so einen Spalten an, das heißt, das ist auf jeden Fall zweieinhalb von so einem Platten brauchst du für das ganze Ding, da habt ihr den Tisch schon mächtig mit voll, und, ähm, das, was ich vor allem auch sehr, sehr großartig finde, ist, dass die Scenery Bases unten drunter auch mit dabei sind, also, das ist schon richtig, richtig schick, äh, die neuen Kryptas, äh, die es da quasi gibt, ähm, dann, äh, hat Printable Scenery auch diese Woche, äh, als, äh, ihr seht es hier, stackable, ne, ähm, als stapelndes Teil, dieses schicke Geländestück rausgebracht, und auch das ist mittlerweile schon direkt bei uns im Webshop drin, ähm, ja, das haben wir, also, wie gesagt, das haben wir einmal komplett alles durch die Bank weg, und, äh, wenn ihr das in anderen Größen haben wollt, dann müsst ihr uns nur Bescheid sagen, und, äh, dies lässt sich alles großartig machen, ja, das ist, äh, man darf es größer, kleiner machen, und, äh, das ist, das ist gut drin, jo, ähm, aber wie gesagt, das war mir wichtig, also, ja, ähm, es dürfen auch andere machen, aber wir sind die Einzigen, die im Moment alles in Deutschland machen dürfen, das wechselt sich aber sicherlich, ne, weil Printable Scenery, wie gesagt, das sind, sind die absoluten platzische, also, ich, die machen so unfassbar großartiges Gelände, und so unheimlich viel auch, ähm, ähm, gerade für, 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 für den Fantasy Sektor, finde ich, und auch teilweise für den historischen, aber vor allem, was, äh, was Fantasy Welten angeht, finde ich, da sind die einfach unfassbar, unfassbar großartig, wenn es um so eine Sachen wie Star Wars geht, oder auch, äh, 4DK, dann, äh, gerade bei Star Wars, finde ich, ist Imperial Terrain ganz weit vorne, 4DK haben die ein paar sehr schöne Sachen, ähm, dann ebenfalls Star Wars, äh, Corvus Games Terrain, mega großartig, und, äh, auch für, für Marvel Crisis Protocol, das ist halt, es gibt so unglaublich viele schöne Hersteller, und alle haben so unterschiedliche, äh, großartige Facetten, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was, äh, was ihr zu den, anderen 40K Sachen sagt, die dann demnächst darüber kommt, äh, wie teuer sind die ungefähr, das liegt dran, was da, äh, was da haben möchtest, beziehungsweise wie viel, äh, wie viel, äh, du an, an Zeug haben möchtest, also, ja, was, was oft der Fall ist, äh, ist, äh, sie sind nicht unbedingt günstiger als zum Beispiel, Sachen, die man von, von Games Workshop bekommt, ähm, aber sind oft detaillierter, würde ich sagen, beziehungsweise dadurch, dass, ähm, dass die Designer auf der einen Seite nichts anderes machen, außer ihr Geld mit Designen verdienen, und dann, äh, Leute wie, ähm, wie ich als Laden, über die Händlerlizenzen, oder viele, die selber einen Drucker zu Hause haben, über ihre, über ihre eigenen Lizenzen, dass sie sich eigene Sets holen, ähm, die dann in Anführungsstrichen die Produktion übernehmen, äh, ist es so, die, die designen einfach so unglaublich viel, also, ne, kannst ja mal, zum Beispiel bei Printable Scenery, oder bei, ähm, Imperial Terrain, oder Covers Games Terrain vorbeischauen, das ist halt einfach Granate, wenn man sonst aus dem, ähm, fertigen, Portfolio nur schöpft, was es an Gelände gibt, äh, was man von den großen Herstellern kennt, so war zumindest mein erster Eindruck, äh, und ich bin auf, äh, die Seite von 1 der 3 gegangen, ich wurde einfach vollkommen erschlagen, ich hatte überhaupt gar keinen blassen Schimmer, wo ich bei den ganzen geilen Geländestücken anfangen möchte, ähm, und wie gesagt, das zweite Ding ist, ach genau, das kann ich mal einmal zeigen, denn, es ist ja das großartige, ähm, American Civil War Epic Black Powder Set, äh, rausgekommen vor anderthalb Wochen, da, gibt's, ich denke Montag, Montag, Dienstag, ähm, sollte da, wieder eine große Welle von da sein, denn, äh, das habt ihr uns aus den Händen gerissen, herzlichen Dank dafür, das Spielsystem ist einfach mega, ähm, aber dafür ist es zum Beispiel auch so, ne, hier, da kriegst du halt dann ein kleines Gelände, du musst sie zusammenkleben, denn, ähm, das sind halt so Häuser, die kannst du auch für, groß 28 mm bis 32 mm nehmen, die kannst du aber auch in noch einer Runde größer drucken, oder herstellen lassen, ähm, je nachdem, ob er das selber machen wollte, oder, oder das dann, dann gerne bei uns machen wollte, denn, ähm, ich hoffe, man sieht so ein bisschen, und, äh, da ist dann oft der Teil, ne, das ist jetzt halt Webcam, aber da ist so ein kleines, äh, kleines Regal unten drin, ja, und, äh, ihr seht das, ne, also, man kann das auch großartig für, äh, für Rollenspiele oder ähnliches bekommen, äh, oder, oder nehmen, und es ist dann einfach mal so ein Ding, die sind halt alle stackable, das heißt, ihr könnt die Ebenen auseinandernehmen, ihr müsst nicht alles zusammenkleben, ähm, das ist halt von den Details, einfach, ne, also, man sieht es hier so ein bisschen, ne, obwohl das so in Mini 15 Millimeter ist, äh, man sieht die Backsteine hier oben, man sieht hier die, äh, wie heißt das, hier die Schindeln da oben drauf, man, man sieht an der Seite hier, dass da alles strukturiert ist, und nicht einfach total glatt gezogen ist, ja, hier ist es glatt, aber es liegt daran, dass die beiden Häuser da zusammen sind, und, ähm, auch hier ist es dann wieder so, ne, ich halte es mal so rum, aber ihr seht es halt, da geht dann die Treppe bis nach unten hin, das ist halt, das ist halt einfach mal eine ganz andere Hausnummer, auch der Teil, ganz ehrlich, da musste ich am Anfang mich ein bisschen dran gewöhnen, ähm, das ist einfach mal eine ganz andere Kiste, also jetzt mal ohne Scheiß, ne, und dann hast du hier das Loch drin, ähm, du kannst mit den Sachen einfach das Gelände ganz, ganz, ganz anders in deine Spiele einbinden, als, ähm, ja, als, ich sag mal, äh, man das mit so einem Standard-Terrain vorher gemacht hat, und das ist halt super großartig, ähm, aber wenn du auch möchtest, einfach bei uns auf der Seite, und da haben wir, äh, auch, äh, halt den Drucker-Service als eigenen Punkt, oder du gehst halt beim, beim Tabletop rein, bei Gelände, da siehst du auf jeden Fall so ein paar Sachen, und wie gesagt, wenn man sonst da individuelle Wünsche hat, oder Sachen, da nicht drauf sind, bei uns im Shop, ähm, die ihr gerne haben möchtet, die bei einem der drei, äh, Gelände-Lizenz-Partner zum Beispiel sind, oder auch bei einem der Miniaturen-Lizenz-Partner, dann einfach anschreiben, denn gerade auch, was die Gelände-Sachen angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir noch einige Zeit drauf brauchen, bis wir die Sachen alle drin haben, weil es wie gesagt, es ist einfach so unglaublich viel. Ähm, was wir neu drin haben, ist von, ähm, Corvus Games-Terrain übrigens, weil ein paar danach gefragt haben, sind die, äh, sind die Bodenplatten, die man sich, äh, die man sich, äh, alle zusammenstecken kann. Muss man die Modelle, die ihr selbst herstellt, noch vorbehandeln, oder kann man gleich mit dem Malen, beziehungsweise mit dem Grundieren, anfangen? Ähm, du musst, äh, eventuell minimale Teile, äh, musst du eventuell, Moment, jetzt gucken wir doch mal, warum was denn jetzt hier, mein Gott, da haben wir es doch. So, eventuell minimale Sachen muss man noch ein bisschen machen. Und zwar ist es so, dass man, wenn ihr jetzt hier guckt, da habt ihr, äh, die drei Bögen rechts und dann noch weiter rechts, da ist so quasi so ein, so ein Faden, der da, äh, rumhängt, da ist er schon weg. Ähm, also das kann ab und zu sein, dass das so kleine Minifäden sind, wobei wir die in der Regel komplett für euch wegmachen. Oder, äh, was, äh, selten sein kann, ist, dass, das sieht so ein bisschen aus wie Zuckerwatte, dass das dazwischen hängt, aber ansonsten in der Regel nicht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so wie hier, äh, das alles so ein bisschen krüsselig da wahrnimmt, dann, ist das nicht deswegen, weil der Druck komplett daneben gegangen ist oder weil das dann einfach super hässlich ist, denn, ähm, ich guck mal eben gerade, hier vorne sieht man so ein bisschen an den Stein oben, wenn, wenn die gerade sein sollen, die Sachen, dann sind die auch gerade, sondern das sind Strukturen, die sorgen dafür, wenn das Ganze angemalt ist, dass es halt, äh, auch gescheit ausschaut, wie ein schöner Stein. So, ne, das sieht, wenn man sich das Material selber in der Hand, oder wenn man es so in der Hand hat, manchmal ein bisschen irritierend aus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier dann guckt, wie gesagt unten da beim, beim rechten, äh, geländeteil, da ist noch so ein kleiner Faden, der kann manchmal sein oder oben, die machen wir aber in der Regel ab, aber dass, dass sowas dran ist, oder wie gesagt, dass von irgendwelchen Stützkonstruktionen, noch einzelne, ähm, ja, ich sag mal so, so, ja, auch Fäden würde ich es einfach mal nennen. was Besseres fällt mir gerade nicht ein, ähm, aber so, ja, halt so, so Plastikstriche. Dass die noch da hängen, das kann auch sein, ähm, aber das ist in der Regel nicht viel, was man machen muss, und dann grundieren, bemalen und ab die Post dafür. Also es ist nicht so, dass, äh, dass da irgendwie, wie bei, bei, Gussresin, irgendwelche Flüssigkeiten, oder irgendwelche Trennmittel dazwischen sind, ähm, die man vorher abwaschen muss, oder so, ähm, oder dass man irgendwie vorher eine bestimmte Schicht drauf machen soll, sondern PLA ist, ähm, stumpf nichts anderes als, äh, als Plastik. So. Und, und, äh, du sollst du das mal machen. Sauer, das sah jetzt alles andere als elegant aus, aber egal. Und, ähm, ansonsten genau, ja, super. Hier vorne, da sieht man es nämlich so ein bisschen, hier, ne, das hier, das ist so ein bisschen Zuckerwatte da dran, den großen Teil, den machen wir auch für euch da ab, aber das kann halt immer mal sein, gerade bei, bei kleinen Sachen oben, ähm, das halt einfach durch, äh, durch diesen, durch diese heiße Nase da drumherum, äh, dann das, äh, das Plastik, was da vorne rauskommt, halt so ein bisschen hier, nupsi Zeug zieht. Ähm, wir arbeiten aber daran, dass es immer weniger wird. Ich weiß noch, äh, als wir, äh, Drucker benutzt haben, die ersten von, äh, von einer anderen Firma, von Creality, ähm, da, da war das deutlich, deutlich heftiger, jetzt bei denen, deswegen, ne, haben wir, oder habe ich echt viel Geld einfach in die Hand genommen, um, äh, auf, auf Prudger Drucker umzuschwingen, äh, damit die, die Qualität für euch so ist, dass ich das mit einem guten Gewissen abgeben kann, denn, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich echt, äh, meine gewissen Vorbehalte, als es darum ging, ähm, ne, wie, wie sieht so ein 3D-Druck als solcher aus, und, ähm, muss sagen, oh, alles totaler Quatsch, also ich bin, bin hin und weg, was 3D-Druck kann, ne, ohne Ende, ähm, aber, wie gesagt, das sind dann so ein paar Optimierungssachen, und ich sag mal, ne, wenn, wenn man es jetzt so sieht, hier oben, das sieht man, ne, aber, aber die Texturen, die sind halt erst klasse, das ist halt ein absolutes Träumchen, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, der ganze Spaß hier, ist Plastik, also das Ding hier zum Beispiel, ähm, ist in zwei Teilen gekommen, das ist ganz normal mit Plastikkleber von Games Workshop, habe ich das zusammengeklebt, und ab geht die Post, ähm, und, ups, da fällt alles runter, und auch hier, ne, das ist so ein H2 Sigma Geländestück, was wir, ähm, für, für einen Channel dann haben, und das ist halt total krass, du kannst halt von innen rein, die Tür hier ist, äh, prinzipiell modular, wenn man, äh, wenn du zum Beispiel das Ding ordern und sagt, ey, ich möchte es gerne für, für D&D haben, das heißt, äh, eine Runde größer, oder, ich möchte vor allem auch, äh, dass man die Türen öffnen kann, dann, ähm, bekommt ihr die, ich meine, die sind sowieso einzeln, die müsst ihr nicht ankleben, weil hier vorne, da seht ihr das, da ist so ein, so ein, kleines Löchschchen drin, da kann man ein bisschen, äh, was weiß ich, irgendwie ein Band oder so durchziehen, und dann, dann kann man es auch öffnen, und, äh, schließen, denn, diese ausgedruckten Dinger, die sind halt alle von innen, auch bespielbar, und das ist ein Ding, so, das haben die, das hat, äh, das Geländer für Star Wars Legion, das, äh, wird das Geländer haben für, Warhammer 40k, und das ist einfach, beeindruckend an den ganzen Sachen, so, genau, man kann auch, äh, mit Abtönenfarbe grundieren, also grundsätzlich, kannst du, äh, die ganz normal benutzen, wie alles andere Plastik auch, jo, Juti, dann schaue ich doch nochmal, ob ich noch irgendwo, irgendwas vergessen habe, das ist, also es mich halt vollkommen irritiert, ist der Teil, ich war mir sicher, dass ich eigentlich irgendwo die Fiends hingepackt habe, wie gesagt, Fiends gibt es, nur noch über Mail Order, oder alternativ, die, äh, Gamak ähnlichen, für den halben Preis, die auch sehr schick sind, ja, darauf erst nochmal ein Wässerchen, ihr Lieben, mh, Sodele, mh, ich schaue nochmal einmal, habe ich hier noch was vergessen, und nö, 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 ja, großartig, ja, die sehen auch mega gut aus, ja, vor allem, wenn man sie mal machen kann, dann sind sie noch viel besser, ähm, eine kleine Sache noch, und zwar, ähm, der gute Pascal, der ist auch wieder fitter, und, äh, von dem kommt auch demnächst wieder ein, ein Malvideo, da, äh, hat zuerst ein Nörgel geärgert, dann die Technik, ähm, dementsprechend, das, wie gesagt, die letzten zwei Wochen waren echt wild, also, ich hing halt daneben, und, äh, da, hörte ich halt auch an, irgendwie, zum Beispiel von Pascal, oder auch vom Designer Garmack, ei, 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 die nächsten zwei Wochen geht leider nichts, dementsprechend, herzlichen Dank, da auch für euer Warten, ähm, und, dass ihr noch so eben sich alle mit dabei, und da dran wart, ähm, Jo, ihr Lieben, dann husche ich jetzt nochmal einmal durch den Chat, nicht, dass ich da irgendwas Wichtiges, äh, vergessen habe, aber, so, der Dice Master hat die Mausoleen auch schon selber einmal ausgedruckt, und sind richtig geil, Teil, ja, ich freue mich auch schon, wenn, äh, ich hier die Ersten da über den Tisch abziehen können, ach so, genau, Lars, richtig, du hast es noch gefragt, und wie schaut es mit Mortarien aus, ähm, wenn, ähm, alles gut läuft, äh, äh, habe ich heute eine Mail bekommen, das, äh, zumindest Mortarien, und, also ist der Wahnsinn, ein Rieseneimer kommt da aus Nottingham jetzt gerade, äh, zu uns rüber, äh, in der Hoffnung, dass, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn es gut läuft, 80, 90 Prozent aller Sachen, wir endlich dann auch rausschicken können, das wäre natürlich ein Träumchen, da müsste auch Mortarien, oder da ist auch Mortarien dabei, ähm, ich mag jetzt nichts, ähm, nichts versprechen, denn das Ding ist, ähm, ja, ich habe zwar in den letzten Releases mitbekommen, die Sachen, die nur Released waren, die waren super fix da, und wenn ich jetzt erzähle, ja, guck mal hier, das ist alles unterwegs, und dann staut sich der Scheiß wieder irgendwo, ne, dann, äh, äh, dann, äh, dann, 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 dann verdonnert er mich anschließend hier, und dann, äh, ne, nein, aber, ähm, wenn, wenn es gut läuft, dann, äh, sollte der Teil jetzt unterwegs sein, und dann auch fix zu euch unterwegs sein, wenn ihr dann noch nicht bei uns bei Facebook auf den Like-Button gedrückt habt, dann macht es jetzt gleich nach diesem Live-Video oder nach dem Video aus der Dose, je nachdem wann und wie ihr das guckt, ähm, und, äh, sobald, äh, die armen, armen, aber unfassbar netten Leute, die, äh, von UPS, die Sachen, ne, die bei uns vorbeikommen, ähm, wenn die, äh, dann anschließend, äh, einen schlechten Tag hatten, weil das Auto von denen mit Zeug aus Nottingham voll war, äh, dann machen wir nämlich da auf jeden Fall schöne Fotos, und dann wisst ihr da Bescheid, ich bin da ganz guter Dinge, dass das jetzt, äh, da, da ankommt, also, wenn es so ankommt, wie die ganzen anderen letzten Releases, dann, ähm, dann bin ich da zuversichtlich, dann sollte auch das, äh, wie gesagt, äh, ich hoffe dann, äh, irgendwo Anfang nächster Woche, vorm nächsten Warp-Geflüster, ich denke gar nicht, jetzt verspreche ich gerade zu viel, sagen wir mal vor Ende der Osterferien, denn ich habe dabei außer Acht gelassen, dass am Freitag und am Montag, ja, Feiertage sind, das wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen ziehen, aber es ist unterwegs, und dementsprechend ist zumindest Licht am Ende des Tunnels, wenigstens da, ja, und dann werden wir danach mal weitersehen, wie das Ganze ist, ähm, Kirste City kommt ja auch dann noch um die Ecke, das ist manchmal auch schon unterwegs, ja, und, äh, das wird, das wird, so, auch wenn es nicht ganz so sicher ist, aber es ist, ja, es ist, ist absehbar, noch mal einmal hier vornherein geschaut, so, ich glaube, ich glaube, dann haben wir es, sehr schön, ihr Lieben, dann würde ich doch jetzt noch mal sagen, ich wünsche euch jetzt einen riesigen, schönen, wundervollen Rest Dienstagabend und bedanke mich bei den immer noch 41 Zuschauern aktuell, dass ihr wieder so fleißig mit da wart, dass wir so schön und viel im Chat wieder haben, miteinander schnacken können, ähm, ähm, außerdem noch mal als kleine Erinnerung, am Donnerstag, ich weiß noch nicht genau, wie spät wir damit starten, ähm, da wir halt nach Ladenschluss, ähm, da starten und, äh, da muss man halt immer gucken, wann sind die Sachen einfach fertig, äh, wenn man einen Laden zumachen muss, äh, oder zumacht, ne, mit Kasse zählen und all so im Scheiß, ähm, ähm, danach starten wir dann den Livestream, ich kann euch jetzt schon versprechen, das wird sicherlich monsterhäuperig, äh, mit Chat und, äh, gleichzeitig spielen und, äh, vier Kameras bedienen und gleichzeitig über Stream Deck noch, äh, lustig immer, äh, hier, ne, das großartige Ding auch mal reinholen, was heute leider viel zu kurz kam, weil ich dann hätte weinen müssen, ich darf im Moment noch keinen Kaffee abstrinken, das ist doof, ähm, ja, und, äh, das, äh, das, das wird total holprig und dementsprechend unheimlich großartig, wenn wir alle, Hallöchen Chewbacca, äh, wenn wir dann alle, äh, zusammen das ganze Zeug machen. Ja, wir sind zu zweit, genau, der Stefan, der steht an der einen Seite und wir stehen an der anderen Seite. Hm, nein, wir, ich, ihr steht auf Stefans Seite, äh, und könnt ihr nur helfen, äh, oder so, gegen den bösen Mottarion. Ah, das ist super. Also, denkt dran, wisst ihr, das ist doch, das ist doch schlimm, ist doch. Ich wollte eigentlich noch kurz nur einmal dran erinnern, na, schaut mal, ne, und, äh, dann ist das schon wieder vollkommen ausgeartet. Äh, eine dritte Person als Moderator, nein, die ist nicht da, sondern wir sind, äh, erst mal zu zweit und, ähm, ja, ich glaube, das geht aber auch so, so, denn, äh, prinzipiell ist, äh, das Setup so, dass wir über so eine Knöpfe, wie ich das jetzt auch hier dabei habe, ähm, prinzipiell nahezu, wenn man es irgendwie kann, so wie jetzt, äh, einfach blind, äh, alles von, äh, links nach rechts umändern kann, um, äh, dann auch die möglichen, unterschiedlichen Bilder halt dann zu benutzen. Zack. Oder eher gesagt Kameras. Mmh, und deswegen, das, das, das wird super. Das wird vollkommen super, ähm, aber wir, wir fluchen so unheimlich gerne zum Beispiel, während wir live spielen. Das können wir uns da nicht erlauben. Die Knöpfe kann Stefan, ne, die Knöpfe, die, äh, die, die darf ich sogar drücken. Ja, und der Stefan, der übernimmt dann den Chat. Und, äh, so haben wir, ist das dann ein bisschen aufgeteilt, äh, damit das nicht, äh, ein vollkommenes Durcheinander wird. Aber es wird, äh, es wird sicherlich ein dezentes Durcheinander. Das, das wird, das wird wunderbar. Das, äh, Schöne ist, äh, wenn der Stefan den Chat übernimmt, dann kann der Stefan auch den Chat übernehmen und dann könnt ihr ihm was zuflüstern. Und ich krieg's noch nicht mal mit. Ha. Ja. Um euch dran zu erinnern, ganz wichtig, bei Discord auch reingehen, denn da sag ich natürlich schon vorher Bescheid, wenn wir aufbauen und werde da nochmal eine Erinnerung euch schicken. Jo. Ihr Lieben, dann haben wir es aber jetzt für heute. Es war ein großartiger Abend, das hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Ich bin froh nach zwei Wochen Pause endlich wieder mit euch ein schönes Warp geflüstert. das zusammen, äh, oder gehabt zu haben. Und ich freue mich schon riesig auf, äh, das Live-Geklopper am Donnerstag. Ich bin sehr gespannt, was, äh, was dabei rumkommt. Es, es kann einfach nur großartig werden. Wenn, wenn wir alle zusammen ein schönes Röntchen zocken, dabei ein bisschen rumklönen und, äh, man soll da schon groß schiefgehen, nicht? So ist es. Ihr Lieben, jetzt noch einen schniegen Abend. Genießt ihr euren Kaffee? Äh, ich, ich werde es morgen früh wieder machen. Es ist, äh, das, das wird schon wieder. Ich glaube, ich bin mittlerweile, das ist nicht am Grauen Bar, ne? Der, der sollte übrigens ein bisschen wachsen. Deswegen habe ich hier diese Dagobert-Dinger links und rechts. Wer sich das gefragt hat heute. Das, das hat durchaus System. Aber hier wächst es aus irgendeinem Grund viel schneller als da. Das ist vollkommen ätzend. Besonders scheiße sieht das aus, wenn ich, äh, wenn ich Maske aufhabe, die dann hier so ist. Und man dann, pfff, na? Ja. Einerseits, passend mit dem grauen Bart muss ich offensichtlich auf Kaffee Hark umwechseln. Das wird aber auch. So. Dank dir. Dank dir. Dank dir. So, ihr Lieben. Jetzt, schniegen Abend. Bleibt gesund. Und bis Donnerstag. Nicht vergessen. Pflichttem. Ich würde mal sagen, halb sieben, sieben. Macht euch für dahin schon mal eine Kanne Kaffee, ihr Lieben. Bis denn. Schniegen Abend. Bis dahin dann. Jetzt habe ich es doppelt. Bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Et wird Zeit für Higher Pitch. Immer fein.